Ich bin sehr glücklich mit der Firma Jordan als Sponsor für mich, weil ich einfach immer gerne Sponsoren habe, mit denen ich mich auch selber identifizieren kann. Ich habe jetzt drei Jahre hinter mir, wo ich ganz viel gebaut habe. Ich glaube, ich kann schon ein bisschen mich in das Ganze reinfühlen, in dieses Geschäft. Außerdem ist es immer schön, wenn man auch mit der Geschäftetage sehr gut auskommt. Das ist da auf jeden Fall der Fall. Ich glaube, das ganze Team, wenn man so in die Runde schaut, sind einfach nette Leute und da macht es mir natürlich sehr viel Spaß.